Hi und herzlich willkommen in einer neuen und weiteren Folge im Bereich Ernährung. Es geht um dein Energiemanagement. Abnehmen, zunehmen, Gewicht halten, Diäten, Diät XY, Paleo, vegan, vegetarisch, Ayurveda, mediterran und und und. In meinen Augen wird die Ernährung enorm verkopft. Essen ist doch eigentlich so einfach. Deshalb möchte ich dir hier in dieser Folge dein Energiemanagement einmal genauesten erklären. Aufgrund dieser Verkopftheit und dieser vielen Fragen im Bereich Ernährung, habe ich 2013 angefangen ein Seminar zu entwickeln, was ich anfänglich offline, auch im Raum Leipzig, in einem Reha-Sportverein und privat angeboten habe. Das hieß damals erst, du bist, was du isst und jetzt nennt sich das Brain Food. In diesem Seminar wirst du dein eigener Ernährungscoach. Wie deine Ernährung am Ende heißt, kann ich dir nicht sagen. Allerdings bekommst du da ganz viel praktisches Wissen, Rezepte und vieles mehr an die Hand, sodass du deine Zellen mit maximaler Energie und Nährstoffen lecker einfach versorgen kannst. Wir werden in dieser Folge einmal uns das Energiemanagement deines Körpers anschauen, wie Abnehmen und Zunehmen und Co. funktioniert. Und wenn du darüber hinaus mehr erfahren möchtest über deine Ernährung, dann wäre vielleicht Brain Food 2.0 etwas für dich. Ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge. Bis gleich nach dem Intro. Herzlich Willkommen bei dem Podcast von Functional Basics. Deiner Basis für natürliche, artgerechte Gesundheit, mehr Lebensqualität, Happiness und Performance in deinem Leben. Gehe mit mir, Carsten Wölfling, Coach und Speaker, Gründer von Functional Basics und dem Health Meeting, dem Biotop für mehr Vitalität auf den Grund und schau mit über den Tellerrand der Gesundheit. Warum? Gesundheit ist für alle da. Wenn es um Energiemanagement geht, dann dreht es sich natürlich auch um Energie, also die Kalorien. Das sind diese kleinen Heinzelmännchen, die nachts vielleicht die ein oder anderen Kleidungsstücke kleiner machen. Kalorie ist eine physikalische Einheit und sollte mal abgelöst werden durch Joule, hat sich nicht durchgesetzt. Das heißt, daher steht auf der Nährwerttabelle, wenn du mal ein Lebensmittel umdrehst und drauf schaust, da wo Eiweiß, Kohlenhydrate, Fette, Ballaststoffe und Co. stehen, auch die Brennwerte der Lebensmittel. Das sind errechnete Brennwerte. Das heißt, die sind nicht hundertprozentig 1 zu 1 anwendbar. Hier schon mal der Kalorienbedarf, der Energiebedarf ist ein theoretischer Wert. Wie man den messen kann, wirst du in dieser Folge erfahren. Für ein paar anfängliche Begrifflichkeiten, die Energiebilanz setzt sich aus deinem Energiebedarf und deiner Energiezufuhr zusammen. Deckelt sich deine Energieaufnahme mit deinem Energiebedarf, hältst du dein Gewicht. Das kann gut oder auch weniger gut sein, je nachdem, ob du vielleicht abnehmen möchtest. Ist deine Energieaufnahme unter deinem Energiebedarf, spricht man von einer negativen Energiebilanz. Das bedeutet, du nimmst ab. Ist deine Energieaufnahme über deinem Energiebedarf, spricht man von einer positiven Energiebilanz und dann nimmst du zu. Mach dich hier bitte nicht verrückt, wenn du an einem Tag mal 100, 200 Kilokalorien mehr zu dir genommen hast und vielleicht den nächsten Tag 200, 300 Kilogramm weniger. Es summiert sich aber auf, Woche für Woche. Wenn du in jeder Woche aller 7 Tage einen Überschuss von vielleicht 200 bis 500 Kilokalorien zusammengesammelt hast, dann summiert sich das über das Jahr und die Jahrzehnte auf. Und dann guckst du vielleicht in den Spiegel und denkst, Mensch, so sah ich doch gestern nicht aus. Wie setzt sich jetzt dein Energiebedarf zusammen? Als Basis steht hier dein Grundumsatz oder auch GU oder Resting Metabolic Rate. Das ist die Energie, die du benötigst ohne Bewegung, also quasi nüchtern bei Raumtemperatur ein bisschen sabbern und denken. Der ist dafür da, dass deine Grundfunktionen, also Atmung, Herz-Kreislauf-System, Gehirnfunktion, Immunsystem und Co. funktionieren können. Für einen inaktiven oder wenig aktiven Menschen kann der Grundumsatz 60 bis 80 Prozent des Gesamtenergiebedarfs ausmachen. Das ist weder gut noch schlecht, aber es ist gut zu wissen, wenn man nicht so aktiv ist, dann darf man und sollte man nicht so viel Energie in sich reinschieben. Und nur als Relation, wie viel zum Beispiel bestimmte Organe oder Gewebe pro Kilogramm am Tag Kilokalorien verbrauchen. Deine Muskeln verbrauchen im Schnitt 13 Kilokalorien pro Kilogramm pro Tag. Je nachdem, je mehr Kilogramm Muskeln du hast, desto mehr Energie verbrauchst du. Auch dein Fett verbraucht Energie. 4,5 Kilokalorien pro Kilogramm pro Tag. Das macht natürlich jetzt gar nicht Sinn, Fett anzusammeln, weil man denkt, ja, dann verbrauche ich mehr Energie. Muskeln verbrauchen mehr Energie. Fast das Dreifache als Fett. Auch dein Gehirn verbraucht Energie. Ungefähr 240 Kilokalorien pro Kilogramm pro Tag. Oder dein Herz. 400 Kilokalorien pro Kilogramm pro Tag. Du kannst ja an dieser Stelle also merken, je mehr Muskeln du hast, desto höher ist dein Grundumsatz und Umkehrschluss, desto mehr Energie kannst du zu dir führen. Dein Gehirn wird nicht arg größer und mehr Energie verbrauchen. Hier ist in Ruhe oder in starken Denkleistungen, da steigt der Energiebedarf nicht unwahrscheinlich an. Wichtig ist, dass dein Gehirn Energie ständig braucht. Neben deinem Grundumsatz musst du ja die Nahrung, die du entsprechend zu dir nimmst, auch verstoffwechseln. Das ist der Nahrungsstoffwechsel bzw. Thermic Effect of Food, TEF. Das beinhaltet den Energieverbrauch für die Aufnahme, für die Verstoffwechselung und Speicherung deiner Nahrung. Bei der westlichen Ernährung sind das ungefähr 10% deines Tagesbedarfs bzw. als Rechnerei, wenn du 2500 Kilokalorien benötigen würdest, dann sind das ungefähr 250 Kilokalorien, die für den Nahrungsstoffwechsel draufgehen. Je nach Literatur und Untersuchung haben die TEF-Werte für jeden Makronährstoff unterschiedliche Werte. Fett hat ungefähr einen TEF-Wert von 0-3%. Kohlenhydrate 5-10%, Eiweiß 20-30% und Alkohol 10-30%. Um es dir an dieser Stelle noch greifbarer zu machen, ein kleines Beispiel. Wenn du 300 Kilokalorien Eiweiß zu dir nimmst, dann werden von dort ungefähr 60-100 Kilokalorien für die Verstoffwechselung benötigt und verwendet. Im Gegenzug zu 300 Kilokalorien Kohlenhydrate sind es etwa 15-30 Kilokalorien. Unverarbeitete Lebensmittel benötigen mehr Energie bei der Verdauung als hochverarbeitete Lebensmittel. Möchtest du also zusätzlich Energie verbrauchen, halte dich hier an Eiweiß und unverarbeitete Lebensmittel. Ganz Beispiel, ist dein Essen durchgekocht, ganz weich, brauchst du es nur noch hinterschlucken. Hast du vielleicht eine rohe Karotte oder ein Stückchen Fleisch, was du kauen darfst. Schon alleine die Energie, um zu kauen, kannst du mit reinrechnen. Wir haben also hier schon einmal den Grundumsatz und den Nahrungsstoffwechsel zusammengefasst. Jetzt kommt die Bewegung und zwar einmal den Thermic Effect of Activity, die bewusste Bewegung. Das ist die Energie, die du benötigst und verbrauchst bei bewusster Bewegung, wie zum Beispiel Sport oder Trainingseinheiten. Jede Form von Bewegung verbraucht in deinem Alltag zusätzlich Energie. Der durchschnittliche Verbrauch für eine Stunde Sport sind zwischen 300 bis 500 Kilokalorien. Das ist natürlich von der Intensität, wie du diesen Sport betreibst, abhängig. Training ist also immer eine gute Möglichkeit, deinen Kalorienverbrauch oder auch entsprechend, dass du, wenn du mehr essen möchtest, positiv zu beeinflussen. Hier sei aber gesagt, sehr häufig überschätzen sich die Leute bzw. überschätzen sie ihren Kalorienverbrauch. Wir sitzen ein bisschen im Fitnessgerät, schieben das Gewicht von A nach B, währenddessen wird vielleicht noch ein Selfie gemacht und dann denken sie, Mann, habe ich hier Sachen verbrannt, da kann ich ja richtig reinhauen beim Essen. Leider ist das oftmals nicht der Fall. Daher, wenn Sport, auch wenn nur kurz, knackig, richtig intensiv und je intensiver, desto mehr Energie verbrauchst du. Aus diesem Grund bin ich ein großer Freund von sogenannten HIT-Einheiten, hochintensive Intervall-Trainings oder auch Tabatas. Dazu kann ich gerne auch mal eine kleine Podcast-Folge machen. Und die baue ich im Alltag ein, um entsprechend nicht bewusst, ich gehe jetzt eine Stunde zum Training, sondern ich mache jetzt fünf Minuten einmal richtig Rambazamba, das heißt ein paar Hampelmänner, Kniebeuge, Kettlebell, Swings und Co. um meinen Energiebedarf hochzuhalten. Neben der bewussten Bewegung haben wir natürlich auch noch die unbewusste Bewegung, also die Non-Exercise-Activity-Thermogenesis, den NEED. Das ist vielleicht etwas, was du gerade machst, wenn du den Podcast im Sitzen oder im Laufen entsprechend hörst, dann bewegst du dich. Aber du denkst nicht bewusst darüber nach. Das ist alles, was herumzappeln, am PC schreiben, stehen, gehen, sitzen, das ist, was wir unbewusst machen. Das ist etwas, was wir Therapeuten ja sehr gerne empfehlen. So viel Bewegung wie nur möglich im Alltag einbauen. Wie schaut das aus? Indem du die Rolltreppe auf der anderen Seite nimmst und den Leuten entgegenrennen. Statt die Rolltreppe oder Fahrstuhl die Treppe nutzen. Eine Haltestelle eher aussteigen, um ein paar Schritte zu gehen. Fahrrad statt Auto. Das sind so die klassischen Beispiele, um mehr Bewegung in den Alltag zu integrieren. Du wirst verstehen, dass der Non-Exercise-Activity-Thermogenesis, also die unbewusste Bewegung und Energie, was damit verbunden ist, von Mensch zu Mensch, unterschiedlich ist. Sitzt du viel, dann verbrauchst du am Tag nicht ganz so viel Energie. Bist du aber körperlich aktiv, vielleicht bist Maurer oder arbeitest viel mit deinem Körper im Alltag, dann brauchst du mehr Energie. Sprich, die unbewusste Bewegung kannst du sehr stark positiv beeinflussen. Zusammengefasst zu deinem Energiebedarf. Dein Grundumsatz kannst du relativ schwierig bzw. nur langfristig verändern, wenn du Muskulatur aufbaust. Dein Thermic Effect of Food hat einen Einfluss, was du isst. Hältst du dich hier an Eiweiß, tust du dir einen Gefallen. Dann Training, bewusste Bewegung und unbewusste Bewegung. Also was tue ich zwischendurch für meinen Körper. Sitze ich auf dem Pezzi-Ball und wackele ein bisschen oder blümelig auf der Couch. Das hat einen Einfluss auf deinen Energiebedarf. Wie stark beeinflusst jetzt Bewegung, also bewusste Bewegung und nichtbewusste Bewegung, dein Energiebedarf? Man geht davon aus, dass der Steinzeitmensch am Tag so zwischen 30 bis 40 Kilometer am Tag rumgelaufen ist. Dafür trainieren manche ein Jahr, damit sie das in irgendeiner Form relativ schnell unbeschwert und unverletzt hinbekommen. Ein Briefträger läuft Pima-Draum 13 Kilometer am Tag, insofern sie noch laufen. Viele fahren auch mit motorisierten Fahrrädern durch die Gegend, was vollkommen in Ordnung ist, weil dann natürlich die Briefe in die Briefkästen kommen. Aber für die Aktivität der Briefträger ist das nicht optimal. Die empfohlene Bewegung zu Fuß sind heute ungefähr diese 8.000 bis 10.000 Schritte pro Tag. Das entspricht 7 Kilometer, Pi mal Daumen. Das ist ein kleiner Unterschied zwischen 30 und 40 Kilometer, was unsere Vorfahren am Tag so durch die Gegend gelatscht sind. Ein Verkäufer oder eine Verkäuferin legt im Schnitt 3,5 Kilometer zu Fuß zurück. Ein Manager ungefähr 2 Kilometer und das ist so der Durchschnitt für typische Büroarbeiter. Dann ein Grafikdesigner nur als Beispiel ungefähr 1 Kilometer und ein Rezeptionist ungefähr 800 Meter. Es ist nicht mehr viel und ja, wir sind sehr modern und die E-Roller machen auch Spaß, aber wir werden dadurch nicht aktiver. Und Bewegung ist etwas, was nicht verhandelbar ist. Hör dir mal meine Folge zu Bewegung und Myokine an, was das mit deinem Immunsystem macht. Bewegung ist nicht verhandelbar. Um es noch etwas deutlicher zu machen, dein Sterberisiko, über 20 Jahre gerechnet, steigt um 56% bei Bewegungsmangel. Bei Rauchen um 52%, durch zu wenig Obst und Gemüse 31% und durch zu viel Alkohol 26%. Wie kannst du dem umgehen? Wegen, nicht rauchen, mehr Gemüse essen, wenig bis zu viel und gar kein Alkohol trinken. Die WHO hat mal eine sehr krasse in meinen Augen Zahl herausgebracht. 60% der Weltbevölkerung gelingt es nicht, der Empfehlung von 30 Minuten moderater körperlicher Aktivität pro Tag nachzukommen. Warum sind wir jetzt so inaktiv? Wenn wir über so einen typischen Arbeitsalltag durchgehen, von dem einen oder anderen Menschen, dich jetzt ausgenommen, weil du bewegst dich ja. Du stehst auf, frühstückst gegebenenfalls, dann fährst du auf Arbeit, du sitzt im Auto, in der Bahn oder im Flugzeug, dann gehst du an den Schreibtisch, du isst Mittag, sitzt wieder am Schreibtisch, fährst nach Hause, fliegst nach Hause, isst dann zu Abend und sitzt dann vorm Fernseher zum Müllexen. Es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass ein Großteil der Bevölkerung zwölf Stunden am Tag sitzt. Ich rede noch nicht mal von inaktiv. Na, also da kommt ja noch die Nacht dazu, da sitzt der jetzt auch nicht oder läufst ja auf dem Laufband, sondern du bist inaktiv und auch wenn du ein Stehschreibtisch hast, du bist inaktiv. Deshalb bin ich gar kein großer Freund von Stehschreibtischen und die Leute feiern sich, hey, ich stehe, wir sind für Bewegung gemacht. Im besten Falle alle halbe Stunde in einer anderen Ausgangsposition. Und wenn du ein Stehschreibtisch hast, mein Traum wäre ein Stehschreibtisch mit einem entsprechenden variablen Zeitmechanismus. Du weißt nicht, wann der hoch und runter geht und vielleicht in einem Tempo hoch geht, dass du sofort reagieren musst. Den Laptop festhalten, alles, vielleicht fällt was runter, da musst du dich mal bücken. Das wäre mein Traum von einem Stehschreibtisch. Vielleicht kann man das sogar mit seinem Kollegen entsprechend austauschen und sagen, hey, du stellst mein Stehschreibtisch hoch und runter und ich stelle deinen hoch und runter. Wenn du richtig Langeweile hast, dann machst du den hoch und runter und dein Kollege muss ständig reagieren. Das wäre mein Wunsch für Stehschreibtische. Wie könntest du also jetzt Bewegung in deinen Alltag integrieren? Täglich. Yoga, Fahrrad fahren, laufen, Treppen steigen, ganz moderates Cardiotraining. Den Fahrstuhl mal weglassen. Und ich habe mir bei einem betrieblichen Gesundheitstag mal den Spaß gemacht in einer Firma und habe einen Zettel vorbereitet. Fahrstuhl außer Betrieb. Ja, dann mussten die Leute nämlich laufen. War eine ganz einfache Maßnahme für den Gesundheitstag und dann habe ich sie begrüßt und gesagt, hey, haben Sie sich denn heute schon mal mehr bewegt? Und dann haben die gesagt, ja, ich musste heute Treppen steigen, weil ja Fahrstuhl außer Betrieb war. Sehen Sie, wenn Sie das eine ganze Woche machen, habe ich Ihnen das dann aufgerechnet, wie viel Energie das mehr bedarf, was das mit Myokine zu tun hat, mit dem Immunsystem durch die mehr Bewegung. Und dann sagt, ja, macht eigentlich Sinn, den Fahrstuhl gar nicht zu nutzen. Dann je nachdem, wie dein Trainingszustand und Trainingsziel ist. Und den Zustand kann man täglich, minütlich, stündlich ändern. Täglich eine kurze, intensive Trainingseinheit. Übungen mit dem Körpergewicht, Training mit Equipment. Ein bis sieben Mal die Woche. Je nachdem, wie viel Zeit du zur Verfügung hast und was dein Trainingsziel ist. Und dann kennst du vielleicht solche Tage, da stehst du auf und sagst, BAM, 100% Energie. Das sind die Power-Tage. Hochintensives Intervail-Training, maximale Belastung. Da reißt du dann mal eine alte Baumwurzel von einem abgestorbenen Baum aus dem Boden, ziehst das Auto aus der Werkstatt oder machst Maximalkrafttraining. Im besten Fall kombinierst du Bewegung aber auch in deiner Freizeit. Zum Beispiel, indem du spielst, dich in einem Verein anmeldest. Badminton, Frisbee, Volleyball, Prellball, Brennball, meinetwegen auch Bauernschach. Bauernschach kann man kombinieren. Indem du zum Beispiel, wenn du daneben geworfen hast, 20 Burpees machst oder 20 Kniebeuge. Kann man mal probieren. Dann wird das nämlich viel aktiver. Und eine kleine Anekdote als Sporttherapeut. Ich habe ja viele Jahre Reha-Sport gegeben und da hast du ja ein Sammelsurium an Menschen, die alle möglichen Indikationen haben. Wie fängst du an, auch hier alte Menschen zu bewegen? Indem du mit ihnen spielst. Und wir sind alles Kinder. Die Männer, die jetzt zuhören, die wissen das. Wir werden sechs und wachsen nur noch. Und wie animierst du zum Beispiel? Ich gebe dir ein kleines bildhaftes Beispiel. Stell dir richtig alte Männer vor. Der eine kommt mit dem Rollator. Der eine hat eine Hüft-Tab, also künstliche Hüfte. Der eine hat keine Zähne. Und alle sind relativ alt und sagen, oh, es tut das weh und mir ist das nicht gut. Jetzt legst du in die Mitte des Raumes einen Softball. Du musst als Therapeut regelrecht wegrennen, weil dann die Männer anfangen zu spielen. Dann spielen die Fußball, auch mit dem Softball. Auch wenn das nicht aussieht wie vielleicht bei der Nationalmannschaft. Vollkommen egal. Sie spielen und dann sind sie eine Stunde unterwegs, sind klitschnass geschwitzt, lachen, freuen sich, erzählen vielleicht Anekdoten aus der Kindheit, wie sie da Fußball gespielt haben und merken, krass, das Knie tut gar nicht mehr so sehr weh. Oder die Schulter. Der Rollator, der wurde in die Ecke gekloppt und sagt, brauche ich jetzt nicht, ich spiele jetzt Fußball. Und das funktioniert auch mit Frauen. Also da gibt es viele, viele Möglichkeiten, entsprechend Bewegung in den Alltag zu integrieren. Mir ist es wichtig, spielerisch und Freude bei Bewegung zu haben. Um dir das auch hier wieder greifbarer zu machen, habe ich dir ein paar Zahlen mitgebracht. Und zwar geht es darum, wie viel Energie du pro Stunde pro Kilogramm Körpergewicht verbrauchst. Zum Beispiel machst du Gymnastik, verbrauchst du 3 Kilokalorien pro Stunde pro Kilogramm Körpergewicht. Ich rechne dir das dann gleich exemplarisch noch um. Läufst du im Schnitt 7 bis 9 Kilometer pro Stunde, verbrauchst du 7 Kilokalorien pro Stunde pro Kilogramm Körpergewicht. Das steigert sich dann Kraftsport, ungefähr 7 Kilokalorien pro Stunde pro Kilogramm Körpergewicht. Radfahren, 30 bis 35 Kilometer pro Stunde, verbrauchst du im Schnitt 11 Kilokalorien pro Stunde pro Kilogramm Körpergewicht. Und so weiter und so fort. Boxen, Sparing zum Beispiel, verbraucht das meiste, rein rechnerisch. Und zwar 20 Kilokalorien pro Stunde pro Kilogramm Körpergewicht. Das sind jetzt erstmal alles nur so einzelne Daten. Du könntest das ausrechnen. In meinem Brain Food 2.0 Seminar hast du da eine komplette Tabelle, wo du dich einsortieren kannst. Auch hier bringe ich dir bei, auch wenn du es vielleicht gar nicht nutzt im Alltag, aber einmal auszurechnen, wie viel Energie benötigst du und wie bringst du das auf den Teller. Weil dieser Transfer ist enorm wichtig. Nur die Daten zu kennen, bringt dir am Ende gar nichts. Sondern ich bringe dir im Brain Food 2.0 Seminar auch bei, wie du das entsprechend umsetzt im Alltag. Ich bin zwar ein großer Freund von Zahlen, weil das objektivierbar ist. Allerdings habe ich ja gesagt, ich möchte das für den Alltag mit Lebensmitteln vergleichen. Daher hier ein kleines Beispiel. Und zwar, wie viele Bananen kannst du essen, wenn du zum Beispiel Gymnastik machst und 70 Kilogramm wiegst. In einer halben Stunde, wenn du Gymnastik machst, ungefähr eine Banane, die du zusätzlich essen kannst. Machst du eine Stunde Gymnastik, kannst du ungefähr 1,8 Bananen essen. Also eine kleine Banane komplett. Je leichter du bist, je schwerer du bist, desto mehr und weniger kannst du natürlich dann von der Banane essen. Als Beispiel. Nehmen wir noch einmal das Beispiel vom Kraftsport, also 7 Kilokalorien pro Stunde pro Kilogramm Körpergewicht. Dann kannst du nach einer halben Stunde intensiven Kraftsport ungefähr 2 Bananen essen, wenn du 70 Kilogramm wiegst. Oder nach einer Stunde ungefähr 4. Je schwerer du bist, desto mehr Bananen kannst du nachessen. Je leichter du bist, desto weniger Bananen kannst du essen. Je nachdem, was dein Ziel ist. Abnehmen, zunehmen und so weiter. Der Boxer, der jetzt eine halbe Stunde Sparrowing gemacht hat und 70 Kilogramm wiegt, kann ungefähr 6 Bananen essen. Und nach einer Stunde 12 Bananen. Nur als Relation, dass du siehst, je intensiver deine Bewegung ist, dein Training, desto mehr kannst du essen. Um die Folge jetzt nicht zu lang werden zu lassen, werde ich hier einen kleinen Cut machen. In den nächsten Folgen zum Energiehaushalt wird es darum gehen, wie du deinen Energieumsatz bestimmst, wie du das auf den Teller überträgst und was Diäten tatsächlich oder was hinter Diäten tatsächlich steckt. Was ist Paleo, Vegan, Weight Watcher und, und, und. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Wenn du noch mehr über deine Ernährung, deine persönliche, individuelle, intuitive Ernährung erfahren möchtest, dann schau dir gerne das Brain Food 2.0 Seminar an. Das geht 8 Wochen plus. Also das heißt, wir setzen hier die Basis für deine Ernährung. Und dann sehen wir uns und hören wir uns beim nächsten Podcast. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Bis bald. Dein Carsten. Hi und vielen lieben Dank für dein Vertrauen und deine kostbare Zeit. Mit dem Podcast von Functional Basics schiebe ich meine Gesundheitsrevolution, Gesundheit ist für alle da, weiter an. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann bewerte meinen Podcast gerne bei iTunes. Du hast kein iTunes? Kein Problem. Mach einen Screenshot vom Podcast und teile diesen gern in Social Media, wie zum Beispiel Instagram. Und verlinke mich mit at functional.basics und nutze den Hashtag Gesundheit ist für alle da. Teile gerne den Podcast und Gesundheit mit deinen Freunden und Bekannten. Warum? Gesundheit ist für alle da. Du hast Anregungen für weitere Folgen oder Fragen? Dann schreibe gern an info at functional-basics.de mit dem Betreff Podcast. Und ich melde mich sehr gerne bei dir zurück. Du wünschst dir mehr Gesundheit, Lebensqualität und Performance im Beruf und Leben? Dann unterstütze ich dich als Coach sehr gerne. In den Shownotes findest du einen Link, wo du dein kostenfreies Beratungsgespräch mit mir vereinbaren kannst. Du bist Unternehmer, möchtest mehr über die Gesundheit und Performance für deine Mitarbeiter erfahren oder organisierst Events? Als Speaker und Trainer gestalte ich für dich interaktive und abwechslungsreiche Seminare, Workshops und Vorträge rund um artgerechte Gesundheit und Performance. Du möchtest von zu Hause mehr über deine Functional Basics erfahren? Dann melde dich für meinen kostenfreien Functional Basics Guide an und erhalte noch mehr Einblicke in die Welt natürlicher, artgerechter Gesundheit und Performance. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Dein Carsten Ich wünsche dir einen wundervollen Tag.